Die Schlacht am GVOZD fand im Jahr 1097 statt und wurde auf der Petrovigora in Mittelkroatien zwischen den Streitkräften des kroatischen Königs Petas Vatschitsch und König Koloman von Ungarn geschlagen. Es war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte Kroatiens und Ungarns. Die Schlacht, mit der Absicht das Königreich Kroatien zu erobern, überquerten ungarische Streitkräfte die Trau und versuchten bis zur Adriatischen Küste vorzudringen. König Petas Vatschitsch verließ seine Residenz in der Königsstadt Knen und zog mit seinen Streitkräften weiter nördlich, um sich den Ungarn entgegenzustellen. Die beiden Armeen trafen auf dem Gebiet der Petrovigora aufeinander. Während dieser Schlacht wurde König Petas tödlich verwundet. Nach der Schlacht wurde der Berg zunächst Blutiger Berg genannt. Später wurde er zu Ehren des letzten kroatischen Königs Petrovigora genannt. Die Schlacht endete für seine Armee und die Dynastie der kroatischen Könige tragisch. Der Sieger Koloman fügte später Kroatien seinem Reich hinzu. Er war durch verwandtschaftliche Verhältnisse mit der kroatischen Herrscher-Dynastie verbunden und beließ den mächtigsten Baronen von Kroatien ihre Rechte. Ob und mit welchem Umfang er 1102 mit ihnen einen Pakt da Konventar schloss ist bis heute umstritten. Koloman wurde im Jahr 1102 in Biograd-Namoru zum kroatischen König gekrönt. Kroatien blieb bis 1918 mit Ungarn verbunden. Bedeutung des Namens GVOZT GVOZT bedeutet heute nur noch dichter Wald oder Karstgestein im älteren Gebrauch auch Eisen. Heute ist hierfür die Ableitung Kvoste, ein Gebirge, früher auch GVOZT genannt. Trennte die mittelalterlichen Territorien Kroatiens und das binnenländische Slavonin und nennt sich heute Kappela. Siehe auch, Liste von Schlachten Liste von Kriegen und Schlachten im 7. bis 13. Jahrhundert Liste der Herrscher Kroatiens Liste der Herrscher von Ungarn Liste der Herrscher Kroatiens